Tritt ein, folge mir, ins Tal der schwarzen Herzen, willkommen hier im Schattenland, herzlich willkommen! Ihr Lieben, heute lasse ich euch mal den Vorzug der Anmoderation. Nils ist nicht da und ich hatte es letztes Mal die Ehre, deshalb dürft ihr jetzt knobeln, wer es macht. Oder ihr könnt es auch zusammen machen, ihr seid ja Brüder, ja? Die magische Suck-Twin-Anmoderation. Okay, hallo, wir sind's, die Schattenmänner. Jetzt mache ich den Nils. Hallo ihr Lieben da draußen! Willkommen zu Folge 67. 67. Wer hätte das geglaubt? Ich habe hier noch meine Podcast-Cola, nee, ist heute mal ein Wasser, aber jetzt starten wir. Wie geht's euch, Jungs? Vor allem, er hat uns auch noch gebeten, dass wir ihn nicht verarschen. Er hat uns echt gebeten, dass wir ihn, wenn er dann mal nicht dabei ist, wir ihn nicht mehr verarschen, weil anscheinend haben wir es in den letzten Podcasts, wo Nils gefehlt hat, ein bisschen übertrieben und auf ihm drauf rumgehackt. Ah, ja, das dürfen wir nicht mehr machen. Also ich würde sagen, man hat ja immer drei Schuss frei, ja? Den ersten haben wir schon verbraten. Ich mache hier mal eine Kerbe in den Tisch. Ja, okay. Also zwei haben wir noch. Das war jetzt deiner Look, jetzt hat der Jan noch einen frei und ich habe auch noch einen frei. Aber ansonsten müssen wir uns echt zusammenreißen. Ja, 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 ja. Aber naja, habt ihr euch denn von unserem letzten Podcast gut erholt? Mit Schumon? Klar. Ja. Der war ja doch super, der Podcast. Ich fand's auch. Ich meine nur, weil er war ja wirklich richtig, richtig lange und ich fand ihn auch mega informativ. Er hat mich so ein bisschen an den Podcast mit Vito C von JBO erinnert und Leute, wenn ihr erst jetzt eingeschalten habt bei dieser Folge oder die zwei Folgen aus irgendeinem Grund verpasst habt, in unserer Spotify Schattenland Podcast Playlist und auch auf YouTube in unserer Schattenland Podcast Playlist findet ihr natürlich alle Folgen. Da dürft ihr euch die Episode mit Vito C von JBO und natürlich die letzte Folge, Episode 66 mit Schumon von Tanzwut nicht entgehen lassen. Das sind gut investierte drei Stunden. Ja, also könnt ihr ruhig machen. Es ist keine Zeitverschwendung. Nee, ich finde es immer richtig spannend und ich finde, wir sollten das öfter machen. Einfach mit Künstlern aus unserer Szene einfach Podcast machen und ich finde es super interessant. Also war richtig cool. Ja, definitiv. Ich bin auch schon am Überlegen, wen wir als nächstes einladen. Ich denke, jede zweite Folge wird's ein bisschen knapp, aber vielleicht so alle vier Folgen ein Special Guest kriegen wir hin. Dann wird's euch da draußen auch nicht langweilig. Wir lernen auch noch ein bisschen was dazu. Vor allem tatsächlich auch, wenn ich drüber nachdenke, der Heli, der war ja auch bei uns zu Gast, der Sänger von Stahlzeit und Merzfeld. Und ich finde immer extrem von so alten Hasen, entschuldigt bitte jetzt das Wort alte Hasen, Vito, Heli, es tut mir leid. Ihr seid natürlich junge Hasen, aber erfahrungstechnisch seid ihr alte Hasen, die seit Jahrzehnten im Business sind. Und es ist faszinierend, was man da auch noch mitnehmen und lernen kann. Genau, absolut. Also ich meine, die haben fast schon zwei oder drei Musikerleben gelebt. Das ist schon krass, was die alles erlebt haben, was man da für Storys hört. Und ich kenne auch niemanden, der eine Bar oder so besessen hat und das ist schon krass, was da... Schon geil, oder? Ja, was da für Storys rumkommen. Die meisten Musiker werden ja eh nur 27, ne? Also vielleicht liegt es daran. Drei Musikerleben, das würde... Naja, nee, nee, also vielleicht zwei. Ich würde sagen, einigen wir uns auf zwei Musikerleben oder eineinhalb Musikerleben. Ich meine, die sind ja noch jung. So kommen wir doch ganz gut hin, ne? Ja. Außerdem, ich habe immer eine Entschuldigung, ich war schlecht in Mathe. Ja, als Musiker muss man ja nur bis vier zählen können. Ja, und wenn der Sechs-Achtel-Takt kommt, da konnte ich mich dann auch leicht rauswinden. Ich habe halt immer eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ich habe es dann immer als einen Dreiviertel-Takt gesehen. Naja, das ist super. Das sind die Tricks. Das sind die Tricks, die man... Ja, beim Sieben-Achtel-Takt wird es dann schwierig halt. Ja, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Das klappt schon. Kann bei einem Zwölf-Achtel, das geht schon. Ja, ach, meine Güte. Trölf, trölf, trölf. Deswegen machen wir ja Industrial Metal. Da muss man sowas nicht können. Da ist eben eh die Frage, es ist ja eigentlich über... Also, es ist bei uns gar nicht üblich, da irgendwie so ein Sechs-Achtel zu spielen. Ist das mal eine Herausforderung, lieber Frank? Oder sagen wir, nee, sowas machen wir gar nicht? Sechs-Achtel? Ja, also ich weiß zum Beispiel Killswitch Engaged, die haben ja so dieses Rezept, die machen die Strophen immer in vier Viertel und die Refranse, die gehen immer so auf und da sind immer so Sechs-Achtel-Refranse mit drin. Dann geht es wieder straight in die Vierviertel rein. Ist interessant, könnte man sich ja mal überlegen, weiß ich nicht. Boah, ey Leute, das ist jetzt eigentlich unfassbarer Musiker-Nerd-Talk. Den da draußen wahrscheinlich nur eine Handvoll, eine Handvoll verstehen, weil meine Meinung zu dem Thema ist auch, Killswitch Engage, mir ist scheißegal, was die machen, es funktioniert und ich finde es gut. Ja? Also, von daher. Easy, easy. Das wäre so, wie wenn du zu Dieter Bohlen sagst, schreib doch mal einen Song, den es noch nicht gibt. Nein, nein, böses Faul. So war es nicht gemeint. Aber apropos, wie kann es sein, wie kann es sein, dass er wieder zurück ist? Also Dieter Bohlen ist ja wieder zurück bei DSDS, wie ich das mitgekriegt habe. Ach was, ja ich habe es nicht geschaut, deswegen weiß ich das nicht. Oder bin ich da jetzt falsch informiert? Der war doch mal weg, ja, und jetzt ist er wieder da. Keine Ahnung, aber ich kann es mal googeln. Er ist nicht wegzudenken. Google, google das mal. Ich kann es mir nämlich nur so erklären. Also ich meine, ich muss ja ehrlich sein, ja. Ich gucke mir normalerweise so Musikshows gar nicht an, ja. Also es ist auch nicht so meine Mucke, die da gespielt wird. Aber tatsächlich so diese ersten, wie nennt man das, Auditions oder diese ersten Vorsingen, die es ja bei DSDS gibt, die habe ich schon ab und zu mal geguckt oder bin zumindest beim Durchseppen hängen geblieben, weil der Bohlen halt einfach völlig unverblümt mit seiner riesen Fresse auf die Leute los ist. Ich fand es schon sehr amüsant. Ich fand es teilweise echt grenzwertig, aber ich fand es auch echt amüsant. Und dann kam eines Tages die Nachricht, Bohlen ist raus bei DSDS und eine Welt brach für mich zusammen. Und dann habe ich irgendwo spitz gekriegt, dass er wieder dabei ist und dann dachte ich mir so, okay, alles klar. Also entweder war die Einschaltquote so richtig scheiße, weil so Typen wie ich, die einfach nur sensationsgeil sind, kein DSDS mehr gucken oder er braucht Geld. Aber das kann ich mir bei Dieter Bohlen absolut nicht vorstellen, dass der Typ es des Geldes willen macht. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, der hat gut Geld genug und weiß auch, wie er damit umgehen soll. Glaube ich auch. Und hast du was rausgefunden? Ja, also er ist raus gewesen 2021 Anfang. Dann wurde er durch Florian Silbereisen ersetzt. Ja, also überleg mal. Also überleg mal, ja. Überleg mal, überleg dir mal das Mundwerk von Dieter Bohlen. Und, und, ähm, naja, also ich meine, ey. Ich fand den Entertainment-Faktor bei Dieter Bohlen wesentlich größer als bei Florian Silbereisen. Wobei, der war doch mit der Fischer liiert, oder? Genau, ja. Da könnte man schon fast ein bisschen eifersüchtig sein. Aber okay, auch das Atemlos wird er wohl oft gewesen sein. Aber gut. Ja, und jetzt ist Bohlen wieder da, oder? Ja, und jetzt steht hier, Musik bleibt sein Element. Auch seine Musikkarriere verfolgte Bohlen weiter. Zum Beispiel veröffentlichte er mit Ex-DSDS-Schützling Petro Lombardi und Katja Krasowitze Anfang Mai 2022 eine neue Version. Wollen wir alles nicht wissen? Wollen wir alles nicht wissen? Blablabla, dass Bohlen die Verbindung mit RTL und seiner Kassi nach seinem Weggang nicht ganz abgebrochen hat. Ein überraschender virtueller Gruß Mai 2022. Ja, okay, also er grüßt die Jury oder sowas und anscheinend kommt er wieder. Ja, ist er jetzt zurück? Steht da nicht, nee. Kommt er wieder? Da steht nur Grüße an DSDS-Sieger, steht da aber nicht. Aber wenn man es zum Beispiel bei Google eingibt, dann kommt sowas wie, was ist aktuell mit Dieter Bohlen los? Oder was ist mit Dieter Bohlen's Gesicht passiert? Also es ist mir scheißegal, ja, und also es ist mir alles wurscht, ja, was da ist. Aber Dieter, wenn du diesen Podcast hörst, ja, also ich meine, die Chance ist ja, die Chance ist ziemlich hoch, weil wenn nicht du wär, Dieter, würde ich den Podcast auch hören, ja. Also, schwing dich rein in deine Camp David Hampton, ja, und komm wieder zu DSDS, weil ich vermisse dich. Ich, ich brauch dich, ja, ich will dich. Ja, Mann. Auf jeden Fall und Grüße gehen raus an den Dieter. Und was, glaube ich, eine ganz witzige Kombi wäre, Florian Silbereisen und Dieter Bohlen. Weil das ist quasi wie sein Sohn wahrscheinlich, der Florian Silbereisen, oder? Ich weiß gar nicht, wie der so drauf ist, der Florian. Ich weiß aber, dass er bei Traumschiff irgendwie eine Rolle gehabt hat. Ich glaub, dass das, also ganz ehrlich, ich glaub, dass das echt ein ziemlich cooler Dude ist und dass er das fachlich mit Sicherheit echt mega macht. Aber wie gesagt, ich fand einfach, Dieters Mundwerk ist durch nichts zu ersetzen, außer durch ein zweites Mundwerk von Dieter. Das stimmt. Aber da haben wir jetzt einen Aufruf an unsere Fans, alle Leute, die besser Bescheid wissen als wir, ihr könntet in den Kommentaren drunter schreiben, was der aktuelle Stand ist. Genau. Damit die Schattenmänner auch mal auf dem neuesten Stand sind. Ja, also versaut mir oder rettet mir den Tag. Genau. Perfekt. Schön. Herrlich. Ja dann, schöner Podcast war's. Nee, Quatsch. Quatsch mal noch ein bisschen weiter. Machen wir doch die Hot Five. Ich hab nämlich tatsächlich heute, ich weiß, ich bin so ein bisschen in Stenkerlaune. Ja. Also dieser Podcast, jetzt wo Nils nicht da ist und wir uns mal wieder auf ein anderes Niveau begeben können, somit hab ich jetzt mein Anti-Nils auch raus. Also jetzt haben wir nur noch einen übrig, Jan, du hast einen noch. Aber ich möchte ihn nochmal zelebrieren. Nils, da du heute nicht dabei bist und wir unseren Podcast mal auf einem ordentlichen Niveau machen können, hab ich tatsächlich auch ein sehr anspruchsvolles Hot Five. Okay, dann legt los. Und zwar, mein Hot Five ist die Lila-Winitou-Debatte. Puh, die hab ich nur am Rande mitbekommen. Aber erzähl mal, Frank, erzähl mal, Frank. Ich glaube, es ist ziemlich deppert, oder? Wer ist der Song, oder? Die Debatte? Die Debatte, dachte ich. Ja, ja, aber auf was willst du jetzt hinaus? Dann erzähl mal, dann erzähl mal. Also grundsätzlich geht es ja darum, dass man den Song Lila in gewissen Gebieten oder auf Festen quasi verboten hat oder verbieten wollte. Und dass ja der Song eine ewige Debatte ausgelöst hat, ist der jetzt frauenfeindlich, ist der nicht unter die Gürtellinie, wie kann man das in 2022 überhaupt singen und sowieso. Und ich finde, diese Debatte wird da geführt von Leuten. Und dann hab ich beruflich tatsächlich auch auf dem ein oder anderen Mallorca-Ballermann-Festival zu tun, wo 15.000 Menschen stehen, oder 20.000, es waren auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viele Menschen. Unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Kultur, egal ob Männlein, Weiblein oder divers. Das war wirklich ein bunt gemischter Haufen. Alle waren rotzevoll, haben miteinander gefeiert, lagen sich in den Armen und haben diesen Song gesungen. Auf jedem beschissenen Stadtfest, wo ich in der letzten Zeit irgendwo war oder auf Volksfesten oder wie auch immer, überall wird dieser Song zelebriert. Aber kannst du mal erklären, was... Ich hab den Song einmal gehört, glaube ich. Und ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, tatsächlich. Also ich hab nur mitbekommen, dass er verboten wurde. Also der wurde... Warum? Der wurde in Würzburg verboten. Genau. Und genau an dem Tag war ich in Würzburg. Deswegen hab ich das auch mitbekommen. Deswegen wurde er verboten. Genau, weil ich den da am Bahnhof gesungen hab. Und, ähm, aber was ich dann mitbekommen hab, ist, dass das voll die krasse Promo für den Song ist. Also dass das den voll aufbauscht und dass man gerade deswegen den dann überall spielt. Aber warum? Was ist da, was ist der Text? Ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie geht's drum, dass, ich weiß es nicht mehr genau, ich muss auch ehrlich sagen, du hörst ja immer nur la 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 la. Ähm, irgendwie geht's wohl drum in den Strophen, dass irgendwer nen Puff hat und dass die Puffmutter ist, 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 äh, jünger, schöner, geiler und der Name ist Laila. Irgendwie so. Okay. Ja. Genau. Ja. Hab ich schon schon über den Texte gehört, aber okay. Ja, eben. Denkst du mir auch. Eben. Also ich mein, ich find den Song furchtbar, es ist auch gar nicht meine Mucke. Darauf will ich auch gar nicht hinaus. Aber ich will drauf hinaus, dieser Song ist jetzt ja nicht irgendwie gewaltverherrlichend oder sowas, ja. Ja, und mag sein, dass der gerade so an der Schwelle des guten Geschmacks ist. Aber wenn so viele Leute diesen Song feiern und dadurch niemanden damit auf den Sack gehen oder niemanden belästigen oder sich da prügeln, während der Song läuft, ja, dann ist doch eigentlich alles gut. Ja, aber es ist doch. Da stellt sich halt für mich die Frage, müssen wir jetzt wieder anfangen, irgendwelche Songs zu zensieren oder können wir, oder können Leute hergehen und sagen, ihr dürft diesen Song hier nicht spielen. Einfach so. Ich mein, das ist auch für uns als Band eine ganz wichtige und eine ganz, eine ganz krasse Thematik, ja. Stellt euch vor, jemand würde uns Generation 6 verbieten. Hey, ihr seid jetzt in Würzburg und ihr dürft Generation 6 nicht spielen, weil der Song total anrüchig ist. Ist, würde ich sagen, vom Level her ähnlich wie Laila, aber eben ein anderes Thema. Ja, und da ist halt einfach, da ist halt einfach auch die Frage, die sich für uns als Künstler stellt, da ist es ganz schwierig, ist ein ganz schmaler Grad, finde ich so. Okay, also ich hab, ja, also ich hab's mir jetzt manchmal kurz gegoogelt, ähm, also an, es geht irgendwie um eine Puffmutter oder so und es ist ein sexistischer Text, wobei man sagen soll, also da gibt's, ähm, auch gerade im Rap natürlich viel, viel schlimmere Texte, ähm, und grundsätzlich ist er nicht verboten, aber die, also auf Stadtfesten oder die, die Städte, die können sagen, ob so etwas gespielt wird oder nicht. Und das ist, ähm, quasi die Debatte, und deshalb ist in Würzburg passiert. Genau, richtig. Aber das gab's doch schon früher auch. Also zum Beispiel, ähm, bei Rammstein wurde doch auch, äh, der, wurde Pussy verboten oder welcher Song von Rammstein? Die haben den dann umbenannt in Blümchensex und haben den dann auf Festivals gespielt. Das gab's schon auch. Boah, keine Ahnung. Aber das Ding ist halt, das... Ja, aber da ist der Song, weißt du, weißt du, da ist dann halt irgendwie vielleicht generell ein Song verboten. Aber nehmen wir doch mal das Pendant dazu, äh, Skandal im Sperrbezirk, oder heißt die nochmal Skandal um Rosi? Ja, ja, genau, ja. Das ist doch nichts anders im Grün, das ist doch nur irgendwie, äh, 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 keine Ahnung, 80er und, 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 und 2022, ja? Ja, ja, ja. Also, und da ist halt, da ist halt das Thema so, was, was, was geht ab? Und wenn einem irgendwie Generation 6 die Nase rauf geht, dann dürfen wir den wohl auch nicht spielen, oder was? Also das finde ich, finde ich schon schwierig. Also ich muss, also was ich sagen muss ist, ähm, man muss schon unterscheiden, ähm, wann man einen Songtext zum Beispiel schreibt, also in welchem Jahr. Weil wenn jetzt mal einen Songtext schreibt, der 1980, äh, eben geschrieben wurde, wenn man den betrachtet, dann, äh, haben wir diese ganze Debatte von, äh, Frauenrechten, Gender, etc., die haben wir da noch nicht gehabt. Da war auch die Gesellschaft einfach vom, also von der Entwicklung her einfach nicht an diesem Punkt. Wenn man jetzt heute so einen Song schreibt, dann verstehe ich schon, dass man sagt, so, ja, komm, also, äh, da haben wir uns, da sind wir jetzt irgendwie schon drüber hinweg. Aber, äh, trotzdem, äh, besteht ja sowas wie Kunstfreiheit. Also ich meine, das ist ja quasi, ähm, wie die Meinungsfreiheit, man darf quasi raushauen, äh, was einem auf der Seele liegt. Solange das jetzt nicht wirklich irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, in die, zum Beispiel in die rechtsextreme Richtung geht oder sowas. Ähm, und ich meine, wenn man sich jetzt Leila oder so anhört, keine Ahnung, mit der Puffmutter und so, wenn man das vergleicht mit sowas wie, äh, Sido, äh, Arschfixson oder so, das ist, also, das ist einfach eine komische Debatte. Ja, wobei, der Arschfixson läuft ja nicht auf einem Stadtfest so, ne? Ja, aber theoretisch dürftest du ihn spielen. Aber dann, genau, da müssen die alle anfangen, weißt du, da müsstest du irgendwie alle Songs packen. Ja, schon, aber, ähm, ich meine, auf einem Stadtfest sind halt Kinder, so, deswegen kann ich da schon nachvollziehen, warum ein Arschfixson nicht läuft halt so, ne? Weiß ich nicht. Ja, ja, das ist schon klar, ein bisschen Eigenverantwortung auch. Aber, weißt du, ich, ich glaube, weil du vorhin sagtest, wir haben, wir haben eine andere Zeit, wir haben andere Debatten, wir haben, wir haben eine andere Auffassung von, von unserer Gesellschaft und, ähm, klar würde man jetzt manche Songs mit Sicherheit so nicht mehr schreiben. Aber das ist es doch auch, ähm, das ist doch wie mit jeder Kunst, jede Kunst hat ihre Zeit, jede Kunst hat ihren Zeitgeist, ja? Und Songs würden ganz anders klingen, würde man sie in diesem Jahrtausend schreiben, ja? Oder, oder, ne? Klar, komplett. Komplett, genau. Deswegen glaube ich, deswegen glaube ich, dass man dieses Fass gar nicht erst, erst aufmachen muss so, ja? Weil dann, dann kannst du ja auch hergehen und kannst sagen, ich meine, das wäre ja jetzt schon wieder die nächste Debatte, da will ich mich auch gar nicht so, so jetzt aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht so als kleiner Denkansport, äh, Denkansporn, ähm, die Ärzte distanzieren sich von, von der fetten Elke, ja? Aber Männer sind Schweine. Also, weißt du, was ich meine? Das ist dann, das ist dann doch irgendwie kontrovers, weißt du? Ja, man hört, also man hört halt in vielen Beispielen so eine Doppelmoral ein bisschen raus, halt, das kann man nicht wegreden, ja? Genau, dann dürften es ja auch Männer sind Schweine nicht mehr spielen, ja? Weil da könnte ich mich jetzt genauso angegriffen und übereinkam geschert fühlen. Aber was ich schon irgendwie auch sehe, ist, dass man drüber spricht, also, weil ich finde, eine Debatte über was zu führen oder über was zu sprechen und auch wirklich sich Kritik anzuhören, das ist, das bringt einen immer weiter. Und das sollte man auch pflegen und das sollte man auch machen dürfen, aber natürlich halt nur bis zu einem Maß, wo man sagt so, okay, jetzt ist es noch nicht lächerlich, jetzt kann man drüber sprechen, aber wir drehen uns dann irgendwann im Kreis halt. Aber ich kann es schon rational nachvollziehen, weil zum Beispiel das Skandal im Sperrbezirk, da ist der Text so geschrieben, dass es ein Kind nicht checkt, worum es da eigentlich geht. Und selbst wenn es die Eltern fragt, worum es geht, müssen sie nicht richtig antworten. Aber wenn ein Kind fragt, was ist eine Puffmutter, also, deswegen im Kontext zu Stadtfesten kann ich es schon verstehen, warum, also, ja. Auch ein Beispiel, auch ein Beispiel, du hast auch auf irgendwelchen Stadtfesten um 21 Uhr spielt die Dorfcoverband Arschloch von den Ärzten. Oh, Arschloch. Geiler Text, geile Nummer, finde ich mega. Wahnsinn, Wahnsinn-Statement, ja. Aber erklär doch deinem Kind dann mal, was ist denn ein Arschloch? Nö, ja. Ja, ja, es ist... Also, die Doppel-Crazy, es ist einfach crazy. Genau, deswegen, deswegen, ich denke, Elternhaften für ihre Kinder, ja, die Muckers sollten auch mal ein bisschen überlegen, um welche Uhrzeit sie was spielen. Aber grundsätzlich bin ich total dagegen, es sei denn, es handelt sich um irgendein radikales Liedgut, irgendeine Drecks-Nazi-Arschloch-Mist-Scheiße. Ja, ansonsten finde ich, wenn man hier auch keine Randgruppen irgendwie hart denunziert und über Andersdenken, der sexuell Andersorientierte oder Menschen anderer Herkunft herzieht, wenn man, wenn man das nicht tut, dann sollte man bei so Songs wie Lila einfach freie Hand haben, ja. Und wenn einer fickt dich in dem Song und sagt, naja, dann ist es halt so, ja. Aber ich finde da, manche Debatten braucht es nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Next Note 5, oder? Gerne. Ja? Ja, ich kann. Du kannst? Ich kann. Oh, nicht schlecht. Und zwar, ich habe in der Früh, gestern, vorgestern oder so, habe ich mal Morgenmagazin geschaut, während ich einen Kaffee getrunken habe. Noch im Bett lag ich da. Und ab und zu treten da ja Bands auf, auf so einer ganz kleinen Bühne. Und da war Culture Candela, die jetzt irgendwie einen neuen Hit rausbringen. Und dann ging es los und da war, die hatten so eine Sängerin dabei und die hat schon volles Chaos gestiftet. Und dann wurden sie kurz befragt und die hat die ganze Zeit so reingeredet. Und ich habe gesagt, was ist mit, die muss doch irgendwie auf Koks sein oder also total drauf. Und dann haben sie angefangen und die fünf Musiker haben halt dann angefangen zu performen, haben auch live gesungen. Also natürlich kam halt irgendwie das Lied, der DJ hat halt aufgelegt und die haben halt live gesungen. Und die Frau, die Sängerin, die hat da rum und dann ist sie von der Bühne runter und hat dann die Kameramänner angefeuert und die Moderatoren und hat da totales Chaos, hat immer voll dazwischen gesungen. Sie hat nicht schief gesungen, aber es hat einfach, es war einfach totales Chaos. Und du saßt so davor und sagst, was passiert hier? Die crasht ja das ganze Ding. Also es war richtig heftig. Ich habe es nicht, ich traue meinen Augen nicht halt einfach so. Echt? Und dann war das Lied vorbei und dann kommt die Moderatorin halt an diese kleine Bühne und sagt, ja, also ja, schön, dass ihr da wart und so. Und dann hat die wieder angefangen zu reden, diese Sängerin. Und er hat gemeint, ja, also ihr könnt bei Culture Candela dann und die Moderatorin war schon voll konstatiert, was ist hier los halt? Und wenn ihr sonst noch coole Musik hören wollt, dann könnt ihr bei Versteckte Kamera zugucken. Und das war die Barbara Schöneberger, die aber so demaskiert war, die hatte so eine große Nase und natürlich falsche Zähne und so eine Perücke, dass du sie nicht erkannt hast. Also als sie es dann gesagt hat, also okay, hast du sie erkannt an den Augen. Aber die hat das so krass Überzeugung gemacht. Und ich fand es so lustig, weil ich das einfach live erlebt habe. Das ist nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie auf YouTube anschaue so. Aber ich habe live und ich war einfach total so, fuck, was passiert hier gerade? Weil es ist ja live. Und es war immer richtig cool. Und danach hat sie dann nochmal kurz irgendwie, also dann mit aufs Sofa, wurde dann nochmal interviewt, zu der Sendung Versteckte Kamera. Und dann schalten die ja immer noch so zu den Nachrichten. Und da war dieser junge Nachrichtensprecher da auch immer um 20 Uhr abends, ich weiß nicht wie der heißt, der sehr jung ist, sehr gut ausschaut, breit gebaut ist und so weiter. Und die moderieren dann an, ja, und jetzt ist der Nachrichtensprecher dran. Und dann sagt die Barbara Schöneberger auch, ja, und der ist ja auch wie aus Marzipan. Und dann musste der Nachrichtensprecher so lachen, dass sie die erste Moderation total verhauen hat. Also sie hat da einfach alles gesprengt. Also ihr könnt mal auf YouTube schauen und das mal irgendwie, mal schauen, Barbara Schöneberger, Versteckte Kamera, Morgenmagazin. Es lohnt sich auf jeden Fall. Sau geil. Witzig, einfach. Ja, krass. Ja, anscheinend lohnt es sich doch manchmal Fernsehen zu schauen. Wir haben ja keinen Fernseher so mehr. Wir haben nur eine Playstation am Fernseher angeschlossen und schauen Netflix oder Amazon. Genau, ja. Aber, naja, gut, du kannst ja immer in die Livestreams reingehen. Ja, das stimmt natürlich, klar. Schaust du noch Fernsehen? Selten. Selten. Also mal irgendwie mein heiß geliebtes D-Max. Weltnachrichten, aber ansonsten auch Netflix. D-Max, Amazon, ja. D-Max machen die immer noch so dieses, die Goldgräber und so. Ja, und halt zum Einschlafen meine berüchtigten Dokus. Oh ja, oh ja. Die schauen wir auch immer auf Tour, die Dokus. Ja, ich hätte es noch feststellen müssen, wenn die Reportagen neuer sind, A, ist nicht mehr die Stimme dabei, die mich zum Einschlafen bringt, ja. Und B, wenn du irgendwie so eine Kriegsdoku im Hintergrund laufmachst, was natürlich um ein oder zwei Uhr nachts meistens der Fall ist, ja, weil da auf Welt und N24 Doku und was weiß ich was läuft halt immer nur Zeitgeschichtliches und was weiß ich was. Ah, und da habe ich letztens was über so Kriegsschiffe geguckt und es wurde anscheinend neu remastered oder irgendwas alter waren das Kanonenschläge. Da bin ich sogar mal aufgewacht. Also, da muss ich sagen, Respekt. Das ist ja eigentlich nicht normal, dass du aufwachst. Nee, normalerweise habe ich den Schlaf des Todes. Wirklich wahr. Heftig, ey. Ja. Krass. Ja, so, dann kommen wir zu meinem Hot Five und zwar Floß. Was? Floß. Floß. Ein Floß. Ein Floß, okay. Und zwar war ich jetzt letzte Woche im Urlaub. Ich war mit meinen Jungs in Italien, wir sind so eine Boys Crew und wir haben das zum ersten Mal mit 16 gemacht, 15, 16 und wir machen das alle fünf Jahre. Also waren wir auch mit 21 dort und jetzt eben mit 26 und da haben wir so eine Tradition und zwar wir müssen den See überqueren, an dem das Haus liegt und da haben wir uns dann dazu entschieden, also wir haben so zwei Surfbretter, so ganz alte, die müssen wir mal vom Dachboden holen und ein Kumpel hatte dann noch so ein Stand-Up-Paddle dabei und dann haben wir uns entschieden, ein Floß aus den drei Teilen zu bauen, damit wir zu acht über diesen See kommen und wir haben ein bisschen was getrunken gehabt auch, so Daydrinking mäßig. Ja, ist ja Urlaub, ne? Und dann haben wir dieses komplette Haus durchsucht, mit was wir diese scheiß Surfbretter zusammen zusammenfügen können und wir haben nur so einen, wir haben einen Draht gefunden, wie so ein Zaundraht halt und nichts anderes und dann sind wir runtergegangen zum See und haben dann bestimmt eine halbe Stunde lang diese Bretter irgendwie mit diesem Draht zusammengebunden. Die Leute, die da saßen, haben uns schon angeschaut, haben sich auch gedacht, so Alter, was machen die Jungs denn da und natürlich haben wir währenddessen weitergetrunken und es war dann auch laut und alles und dann waren wir so nach einer Dreiviertelstunde fertig mit diesem Floß, haben uns draufgesetzt, sind original fünf Meter gefahren und das ganze Ding ist auseinandergekracht und das war so quasi ein Tag von unserem ganzen Urlaub haben wir mit diesem Floßbau und dieser kurzen Losfahrt verbracht, aber es war echt geil und ich habe so genossen, endlich mal wieder im Urlaub zu sein und auch an diesem See und genau, dann sind wir mit den Surfbrettern weiter, halt einzeln und dann gibt es da so einen fetten Felsen, von dem sind wir auch immer runtergesprungen und in unserer Erinnerung war der viel, viel kleiner und wir kommen da an, gut, der See hat aber auch am Wasserspiegel ein bisschen verloren und dann kommen wir da an und schauen so hoch und das war so ein Felsen, da hat sich mein bester Freund damals, sagen wir mal, die Rosette aufgerissen, als er runtergesprungen ist, also nicht ganz, aber es hat anscheinend so krass wehgetan, dass er nicht laufen konnte erstmal, ja und dann waren wir an diesem Felsen, Alter und ich kletter so hoch und dieser Felsen ist halt zwölf Meter hoch und dann schaue ich so runter und dann denke ich mir so, fuck, der war doch früher irgendwie kleiner und stehe so da, sehe diese Wasseroberfläche, die Jungs liegen so im Wasser auf den Surfbrettern unter mir und sagen, dahin musst du springen, ganz safe, da ist nichts, da kannst du gut eintauchen und so, ich stehe da, dann kommen so Touristen, laufen an uns vorbei, da wollt ihr runterspringen und wir so, ja, schauen wir mal, irgendwann war es dann so, dass ich mich entschlossen habe und bin runtergesprungen, ey, so ein Herzklopfen hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr, also nicht mal, als wir auf Mera Luna auf die Bühne gegangen sind, also das war echt krass und genau, dann sind wir mit den Surfbrettern wieder zurück. Sauber. Ah, ja, also, ihr zwei Brüder, ihr habt es ja mit Höhe und Springen, aber immerhin hast du nämlich beide Fersen gebrochen, so wie Jan damals. Das stimmt, ja. Aber ich, gut, das erzählst du doch auch in irgendeinem Podcast, oder Jan? Keine Ahnung, habe ich das erzählt? Ja, bestimmt schon. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ich glaube, ich glaube schon. Okay, krass. Ja. Heftig. Heftig. Jetzt weiß ich aber auf jeden Fall wieder Podcast, wie die Folge heißt. Wie? Rosette aufgerissen. Das ist ein guter Name, ja. Rosette aufgerissen. Aber es würde so klingen, als wäre Nils dabei. Das wäre jetzt eigentlich so ein typisches Nils-Thema. Definitiv, ja. Jan, willst du jetzt deinen letzten Diss raus an Nils hauen? Ich habe gerade noch keinen. Nee, heb mal den noch auf. Vielleicht fällt dir noch ein richtig guter ein. Ja, aber Jungs, fahrt ihr noch in Urlaub? 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 Urlaub, Alter, jetzt fängt die Studiosaison an. Wir müssen unsere Songs fertig schreiben. Das stimmt, ja. Und vor allem auch einspielen. Schön, dass du im Urlaub warst und du gut erholt bist, weil ich drehe dich jetzt dann durch den Studio-Fleischwolf, mein Freund. Ja, Mann, ja. Du weißt ja, nach Schlagzeug kommt Bass. Ja. Schön langsam durchdrehen, die Achtel. Schön langsam durchdrehen, den Logas. Den Logas? Den Logas. Ja, aber vielleicht solltet ihr vorher auch nochmal in Urlaub. Ist vielleicht zu zweit. Für mich ist das Urlaub, wenn ich... So eine Radtour? Nee. Oh ja, vor allem eine Radtour, klar. Ich hab nicht mal ein Fahrrad. Und bis der Sprit so teuer wird, dass ich mir es nicht mehr leisten kann und mir ein Fahrrad kaufen müsste, bin ich zu alt zum Radfahren. Boah. Da ist es aber dicke. Naja. Hey, warum? Man kann doch heute so ein ganz sparsames Gefährt fahren. Hier so ein Mofa. Back to the roots. Mein Kumpel hat ein altes Mofa. Das ist 35 Jahre alt. Es braucht 1,5 Liter auf 100 Kilometer. Was? Das ist geil. Wie schnell fährst du da? 25. Ey, Jungs, wisst ihr, was wir mal machen? Wir machen zusammen eine Mofa-Tour. Wir holen uns alle so ein kleines Kack-Mofa und wir haben irgendwo in Deutschland einen Gig und da fahren wir mit diesen Mofas hin und das filmen wir. Oh Gott. Mit Zelten, mit allem drum und dran. Und irgendjemand bringt dann halt unser Zeug natürlich dahin. Nils schläft dann eh nur im Auto. Auf dem Mofa. Nils schläft immer im Auto. Das wäre doch geil, ey, so eine Mofa-Tour. Oh Gott, mein Arsch. Eine Mofa-Tour. Der Sattel ist bequem. Es gibt ja auch schon welche mit Bonanza-Sattel. Und so ein Fuchsschwanz hinten. Was ist ein Bonanza-Sattel? Geil, du weißt nicht, du kennst keine Bonanza-Räder. Das hat so eine Lehne, oder? Ah, okay. Da kennst du, ey, alter, google mal Bonanza-Rad. Du hast doch keine Ahnung. Was ist denn mit dir nicht richtig? Weißt du, aufquatschen wie ein Großer, aber nicht wissen, was ein Bonanza-Rad ist. Alter, alter, alter. So geil. Ja, Frank, pädagogisch wertvoll, es gibt keine dummen Fragen. Ja. Du weißt nicht, was ein Bonanza-Rad ist. Frank, hast du noch ein Hot Five? Ah, da seh ich schon, da haben sie immer wieder zwei vorbereitet, ey. Ich hätt noch eins, aber es würde echt zu weit führen. Ich hätt auch noch eins. Aber mach du erst mal deins. Nein, meins würde eindeutig zu weit führen. Wir hatten die Debatte vorhin, da wollte ich's noch mit reinschieben, aber nee, nee, nee. Okay, aber wollen wir Hot 3 machen heute, oder? Ja, komm, lassen wir's bei Hot, dann machen wir einen Hot 3. Ja, passt. Also einen Hot Five minus zwei quasi. Genau. Die zwei, die kriegt dann nächstes Mal der Nils noch, weil er heute nicht dabei war. Genau, weil er heute schwänzt. Genau. Ja, ja, absolut. Absolut. Sollten wir dem Nils vielleicht sagen, dass er sich vorbereiten kann? Oder lassen wir ihn einfach reinlaufen? Der hat doch so eine Liste. Der hat doch so eine Liste. Das kriegt er schon hin, auf jeden Fall. Meint ihr, der hört sich den Podcast an? Ja. Natürlich, das machen wir doch immer, wenn wir nicht dabei sind. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob er das auch tut. Ja, sehr gut. Aber ich musste letztendlich an Nils denken. Und falls ihr es auch ihr da draußen verfolgt habt auf meinem Instagram-Channel. Ich war letztendlich bei zwei ganz tollen Menschen, die haben Waschbären. Und zwar drei an der Zahl. Die haben die aufgenommen, weil die sonst gestorben wären. Und zwar ist es ja wohl so, dass in manchen Bundesländern die Waschbärmütter geschossen werden. Weil die Jäger wissen, dass dann auch die Babys sterben ohne die Mutter. Und wenn dann halt so ein Baby-Waschbär-Baby gefunden wird, dann nehmen die beiden halt, wenn sie Platz haben, das eine oder andere auf. Haben inzwischen drei an der Zahl. Und wo findet man die denn? Ach, keine Ahnung. Aber es gibt ja wohl viele Waschbären. Also auch in Bayern werden immer mehr gesichtet und so. Naja. Süß. Ja, voll. Das war total süß. Der hat mir dann in den Haaren rumgekrabbelt, hat mich abgeschleckt, mich gestreichelt. Wahnsinn. Oh Gott. Also wirklich, ich war verliebt. Aber warum ich da an den Nils denken musste. Also erstmal muss ich an meine Zeit bei Stahlmann denken, weil da hatte ich ja auch immer so wie so ein Waschbär die schwarz geschminkten Augen rüber. So diese Waschbär-Brille. Und ist eigentlich ziemlich witzig. Also guckt mal auch auf meinen Facebook- oder Insta-Kanal. Da findet ihr vielleicht noch so ein typisches Stahlmann-Waschbär-Foto. Auf jeden Fall, bei denen auf dem Grundstück gab es halt auch ein paar Schnecken mit Schneckenhaus. Und sie hat gemeint, oh, schön, die Schnecke ist für die Waschbären. Ich so, wie? Schnecke? Waschbären? Ja, die fressen Schnecken. Und zwar die knacken die mit Haus, ich wollte schon sagen mit Haut und Haar, aber mit dem Haus knacken die Waschbären die Schnecken und fressen die dann. Ja, fressen. Razziputz weg. Und das ist jetzt ja natürlich, glaube ich, für Nils Schneckenproblem die absolute Alternative. Anstatt Bierfalle oder Rennenten, Waschbären. Ja. Und dann kann er nämlich noch einen Streichelzut raus machen und Eintritt verlangen. Das stimmt. Aber essen Waschbären auch Nacktschnecken oder nur die mit Schneckenhaus? Keine Ahnung. Aber das ist doch wurscht. Aber wie süß wäre es so ein Waschbär, wenn man den zu Hause hat. Ja. Oder ein Tourwaschbär. Was wäre so ein perfekter Name für ein Waschbär? Und der eine hat die Schnecke richtig gewaschen. Ja, also tatsächlich dann genommen und in seinem Wasser und so richtig gewaschen. Und so, ja, ja. Witzig. Deswegen heißen die ja Waschbären. Ja, ja. Witzig. Nein, deswegen heißen die Waschbären. Ja, und eigentlich, und boah, ich bin schlau. Und eigentlich tun die nur so, als würden sie was waschen, dass die Beute meint, ach guck, der Waschbär ist beschäftigt. Ja, und dabei visieren sie in der Zeit ihre eigentliche Beute an. Uh. Ja, ja. Solche Schlawine. Und das weißt du oder hast du das gerade ausgedacht? Nein, das weiß ich. Ja, das steht hier. Ach, krass. Okay. Ja, was wäre so ein Waschbär-Name, wenn wir uns jetzt einen holen würden, so ein Band-Waschbären? Wie würdet ihr ihn nennen wollen? Torpedo. Torpedo. Du schaust so viel D-Marks, ey. Ist tatsächlich ganz gut, ey. Also ich finde, Torpedo ist geil. Ja, ja. Torpedo. Ich würde ihn Robin nennen, wie Batman und Robin, weil der hat nämlich auch so eine Brille. Das stimmt, ja. Ja, aber Torpedo ist schon besser. Torpedo finde ich gut. Ja, es gibt ja so typische Tiernamen, wie zum Beispiel, wie würdet ihr eine Heuschrecke nennen? Heuschrecke? Ähm. Grilli. Nein, also so Jiminy oder so. Das ist ein typischer Heuschreckenname. Ich glaube, es kommt von Pinocchio oder so. Echt? Ja. Ach, krass, okay. Wie würdet ihr eine Biene nennen? Ja, Leute, jetzt kommt aber. Sabine. Na, Maya. Meier, stimmt. Nein. Oder Sabine. 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 Aber ihr, liebe Zuschauer, ihr könnt mal Namensvorschläge machen. Ja, für unseren Band Waschbären. Genau. Was sind eure Lieblingstiere? Haben wir das eigentlich schon mal gefragt? Ich meine, das ist so eine achtjährige Frage, aber das würde mich jetzt echt mal interessieren. Naja, beim Frank ist ja wohl klar. Hunde? Klar. Ja. Hund? Okay. Ja, total. Ja, okay. Also, ich bin Hundepapa von Kopf bis Fuß mit Leib und Seele. Ja. Okay. Okay. Ja, Velociraptor natürlich. Ja, sehr klar. Ja, bei mir ist es ein Terranodon. Okay. Ah, Schluss. Aus. Ah, oder Rancor. Ist auch gut. Hallo. Irgendwelche Fantasienamen zählen nicht. Das sind keine Fantasienamen. Naja, ein bisschen schon, aber nee, also Terranodon ist kein Fantasiename. Pass auf, ich mache jetzt auch irgendeine komische Sendung und sage, ich habe einen Terrupterdub. Ja. Was soll das sein? Terrupterdub. Und dann male ich irgendeinen Scheißvieh und sage, das ist ein Terrupterdub. Oh, wie würde so ein Terrupterdub aussehen? Terrupterdub. Ja, wie würde ein Terrupterdub aussehen? Ja, siehst du, und schon haben wir ein Tier kreiert, ein Terrupterdub. Sehr gut, sehr gut. Cool. Ja, Jungs, was glotzt ihr eigentlich aktuell so? Also, was ich mir anschauen will, ist die Herr der Ringe Serie, die neue, die es ja heute eine Milliarde gekostet haben. Hallo. Will ich jetzt spannend sehen. Hey, was glotzt du so? Ja, also, was ich mir anschauen würde, ist die Herr der Ringe Serie, weil die soll ja eine Milliarde gekostet haben. Eine Milliarde? Eine Milliarde, ja. Ja, krass, ja, ich weiß es. Du weißt es. Wisst ihr, dass das tausend, tausend Millionen sind? Ja, das ist verrückt. Das ist doch echt verrückt. Damit könnte man so viel Gutes tun. Also, ohne Scheiß. Du könntest Hungersnöte auf ganzen Kontinenten lösen. Ja, da musst du dich jetzt schon entscheiden, Alter. Ja, willst du hier deine Fantasy-Abenteuer oder willst du den Weltfrieden? Ja, also, Priorität muss man setzen. Echt so. Ja, eben. Ja. Aber okay, also du würdest die Herr der Ringe Serie gucken. Genau. Okay. Und du? Ich habe tatsächlich, ist noch gar nicht lange her, ich habe tatsächlich, da bin ich jetzt schon ein bisschen, bin nicht so stolz drauf. Jan, kannst du in der Zwischenzeit mal Nomis googeln? Was? Nomis? Nomis. N-O-M-I-S. Okay. Ob der Film so heißt, ich dachte zumindest, dass er es so heißt. Ich schau mal. Schau mal nach. Die Nacht des Jägers? Kann das sein? Äh? Nomis, die Nacht des Jägers. Halt mal in die Kamera. Sieht so aus. Äh, ja. Ich glaube, das ist er. Ja, genau, genau, genau. Geht es da um so einen Vergewaltiger? Was steht in der Beschreibung? Ja, der Polizist ermittelt in einer Mordserie, der Mörder hat es auf junge Frauen abgesehen. Ja, ja, genau, stopp, brauchst keinen weiterlesen. Also, den, Nomis heißt er, genau, den gucke ich gerade, oder ich habe ihn geguckt, ich habe tatsächlich vier Anläufe gebraucht. Ich dachte mir immer abends im Bett so, oh, geil, ich gucke noch einen Film. Und ein Vergewaltiger Film. Ja, ja, nein, der soll echt gut sein. Und das war so ein typischer Film, ich finde nichts irgendwie. Und ach, da spielt der Schauspieler mit. Och, und der Schauspieler? Scheißegal, worum es geht, ich gucke mal rein. Aber mir sind immer wieder die Äuglein zugefallen. Ich war echt die letzten Tage so platt. Und dann habe ich ihn gestern tatsächlich zu Ende geguckt. Also, ich habe es mal über die 20-Minuten-Hürde geschafft. So ein geiler Film, so gut gemacht, fand ich wirklich mega. Geile Schauspieler, geile Story, echt spannend, echt crazy auch. Richtig gut, kann ich nur empfehlen. Geil. Und für alle, die ihn suchen, Nomis, bei Amazon. Cool. Amazon Prime. Da gibt es auch normal, da gibt es auch normal, muss man halt zahlen. Aber Prime, Prime ist for free, Alter. Ja, cool. Aber da kann ich mich anschließen. Nomis, super, nein, Spaß. Aber Amazon Prime. Und zwar, ich habe jetzt eine Serie durchgebinged, weil ich habe jetzt gerade kurz Freizeit. Und zwar, ich finde einen bestimmten Schauspieler echt cool. Und zwar Tom Hardy. Der spielt zum Beispiel einen Batman, auch den Bane, diesen mit der Maske. Und da habe ich mal geguckt, was gibt es eigentlich so von dem? Er hat mega coole Filme, unter anderem auch Dunkirk und so. Und da habe ich eine Serie gefunden, die heißt Tabu. Und da konnte ich mir nichts darunter vorstellen. Und ich war so, okay, ja gut, aber er ist der Hauptcharakter, ich schaue mal rein. Der hat mich so gepackt von Anfang an, weil, keine Ahnung, Tom Hardy einfach so nice spielt. Es spielt in einer Zeit, die dich komplett einsaugt. Also es ist komplett immersiv. Das ist so quasi, es ist noch Schifffahrt. Es ist Kolonialisierung. Aber es ist auch Industrialisierung. Und spielt in London abgefuckte Stadt as hell. Überall Dreck, überall Schlamm, Krankheiten. Und Tom Hardy muss sich da quasi mehr oder weniger durchkämpfen. Teilweise hat man dann auch so übermenschliche Sachen mit drin. Aber es ist bis jetzt eine Miniserie. Also es gibt acht Folgen. Und wer nicht weiß, was jetzt gucken soll oder wer Tom Hardy cool findet, ist der zu empfehlen. Schick mir einen Link, schick mir einen Link, schick mir einen Link. Mach ich. Cool. Ja. Ja, nice. Ja. Dann noch Song der Woche. Song der Woche. Hast du mal einen Moment. Was guckst du, Jan? Achso, Herr der Ringe der Milliarden. Hab schon wieder verdrängt. Song der Woche. Leute. Song der Woche. Jetzt gucken sie beide nach. Ich hab meinen Song der Woche. Ja, jetzt hab meinen auch. Und zwar bin ich richtig froh, dass zwischen Männern sind Schweine, der fetten Elke und der Laila es noch eine Band gibt, die verstanden hat, worum es geht. Dicke Titten, Rammstein. Na? So. Das ist jetzt mal ein Statement auch zum Nachdenken. Hast du das Video gesehen? Na klar. Und? Schon gut, oder? Haben sie es schon gut gemacht. Ja, super. Also auch, ich kann es an der Stelle sagen, liebe Leute, wir wollten ja tatsächlich ein Video zu Allmann drehen. Ja? Wir hatten das Drehbuch fertig. Wir hatten die Location. Wir hatten das Kamerateam. Alles fix gebucht. Ja? Und dann kam das Rammstein-Video. Dann haben wir das mit dem Allmann ganz, ganz schnell wieder gelassen. Ich kann nur sagen, zwei dumme, ein Gedanke. Wir hatten zwar nicht so viele dicke Titten in unserem Video. Heißt ja auch nicht Allmann mit den dicken Titten. Aber wir hatten schon so ziemlich viele Parallelen, was das Bild und die Message betrifft. Und auch, wenn man sich das überlegt, auch unser Song hat ja schon eine gewisse Ähnlichkeit. Weil wir haben vorne ja diese Blasmusik, wie Rammstein auch. Und dann hatten wir ja noch die gleiche Videoidee im Prinzip. Also nur mit dem Unterschied, dass Rammstein vor uns dran war. Ich bin übrigens aber auch froh, dass Rammstein mit dem Video eher dran war und nicht mit dem Song. Weil jetzt stellt euch vor, wir hätten den Song im Studio fertig gemacht, eingespielt, alles wunderbar. Und in der Zwischenzeit hätten Rammstein dicke Titten veröffentlicht. Dann hätten wir unseren Song, so wie er ist, wieder einstampfen müssen. Weil dann hätte jeder gesagt, ey, das habt ihr geklaut. Hier mit den Trompeten am Anfang und der bayerischen Blasmusik. Das habt ihr geklaut. Ihr Diebe, ihr Nachmacher, ihr Cheater. Das wäre gekommen, ja. Genau. Und so können wir mit Fug und Recht behaupten, ja, wir haben Stromgitarre und Blasmusik auch vereint miteinander. So wie es die geschätzten Kollegen von Rammstein gemacht haben. Aber wir waren zum Glück schneller. Ja. Also, liebe Leute, wir möchten nicht sagen, dass Rammstein bei uns abgekupfert hat. Also, das haben die mit Sicherheit nicht nötig. Und auf so eine geisteskranke Idee kämen wir nie. Ja, wir sind ein unbedeutendes Sandkorn im musikalischen Universum. Und Rammstein ist ja quasi die Sonne, wie sie auch selber singen. Deshalb, nein, sie werden sich nicht inspiriert haben lassen von Schattenmann. Aber wie es der Zufall so will. Und wir sind froh, dass wir zufällig eher dran waren. Genau. Und ich finde aber, der Song von uns braucht sich nicht verstecken. Und deswegen packe ich den auch auf die Playlist direkt hinter Rammstein oder vor Rammstein. Alter! Und dann könnt ihr euch das quasi hier direkt nacheinander anhören. Sag mal, was haltet ihr eigentlich davon? Da wollte ich Ihnen nochmal, bevor wir jetzt über den nächsten Song sprechen. Ich finde, unsere Playlist ist so ein bisschen ausgeartet. Und jetzt, wo der Nils nicht da ist mit seinen Extra-Raganser-Pop-Die-Gänser oder was weiß ich, wie die Scheiße da heißt. Also, ich höre dir ja tatsächlich unsere Playlist. Und jedes Mal, so alle zehn Minuten, habe ich so einen Schüttelanfall. So, boah! Das liegt dann einfach daran, weil irgendein Drecksong kommt, den der Nils da aus irgendwie einer Laune raus draufgesetzt hat. Also, du meinst, wir sollen mal Hygiene putzen ein bisschen? Wir sollten vielleicht mal so ein bisschen Playlist-Pflege betreiben. So ein bisschen Playlist-Hygiene. Wollen wir das mal machen? Wollen wir mal vielleicht so alles, was vielleicht jetzt nicht so typisch für uns ist und unsere Mucke, wollen wir das mal ein bisschen rausschmeißen? Mal so ein bisschen schick machen, dass unsere Leute, die diese Playliste hören, die auch auf der Party laufen lassen können bei der nächsten und sich nicht dann für jeden dritten Song genieren müssen? Ja, wenn du das übernimmst. Gut, ich werde die Playlist pflegen. Dann haben wir das. Also, okay, pass auf. Ich lösche es bei YouTube, was nicht geil ist. Und einer von euch muss es dann auf Spotify gleich tun. Das macht der Nils. Der ist ja eh Spotify-Minister. Das macht der Nils. Das wäre aber super hilfreich, wenn du uns durchgibst und wenn es per Sprachnachricht ist, was du gelöscht hast, weil ich habe keine Lust, da zu anfangen zu vergleichen, welche Songs noch drin sind. Also, wenn du... Okay. Das wäre cool, wenn du einfach Sprachnachricht... Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Okay, also jetzt haben wir Dicke Titten und Alman. Lukas? Ja, mein Song ist von Dieter Bohlen. Genau so was meine ich. Genau so was meine ich. Es sei denn, wenn du jetzt hier und heute bekräftigen kannst, dass du Dieter Bohlen beim Bumsen hörst, Alter, dann bleib da auch drauf. Oh, nee, nee, Mann. Ansonsten wird er gelöscht. Was nicht? My sherry, sherry lady. Nein? Nee, das war nur Spaß natürlich. Ich habe in letzter Zeit eine Band gehört, die ich ziemlich krass finde. Gojira, falls ihr die kennt. Klar. Und von denen packe ich mal einen Song drauf und zwar Stranded. Super. Also musikalisch gesehen sind die echt heftig krass. Mega guter Drummer und generell krasse Band. Ja. Exzellentamente. Dann haben wir es, oder? Herrlich. Schön. Cool. Leute, ich muss sagen, es war ein sehr, sehr, sehr schöner Podcast. Ich habe mich riesig gefreut. Ich fand, es war auch nicht so still ohne Nils. Ich fand es recht angenehm. Ja. Aber ich freue mich auch schon wieder auf einen boden- und niveaulosen Podcast in 14 Tagen zur Episode 68. Ja. Und ich finde, und das sollten wir jetzt vorher auch schon mal klären, ich finde Episode 69, ja, sollten wir Nils widmen. Wollen wir das machen? Das machen wir. Ja, das machen wir. Machen wir die Sonderepisode 69 dann mit Nils. Also nicht die nächste Folge, sondern die übernächste. Aber merkt es euch schon mal. Also Nils alleine dann. Nils alleine nackt und gefesselt. Ja. Eine Stunde Standbild mit. Ja, super. Sehr schön. Okay. Cool. Also. Liebe von uns an euch. Wrestling. Wrestling. Ciao. Ciao.